In diesem Video geht es um die besten Tajinen. Der Qualitätssieger in unserem Tajine-Test geht an die Le Creuset Tajine. Die marokkanische Tajine ist ein klassisches Beispiel für einen Kochtopf, bei der die Formgebung die eigentliche Funktion unterstützt. Das gusseiserne Unterteil verteilt die Wärme gleichmäßig und kann auf allen Herdarten verwendet werden inklusive Induktion. Dabei wird geringe bis mittlere Wärmezufuhr für perfekte Kochergebnisse und langanhaltende Wärmespeicherung benötigt. Der konische Deckel aus Steinzeug verfügt über dieselben Kocheigenschaften wie das tönerne Original. Der aufsteigende Dampf kondensiert an der kühlen Deckelinnenwand. Das kondensierte Wassertropf dabei auf die Speise im Topf, so bleibt das Essen schön saftig beim Schmoren. Die schwarze Emalie wird überwiegend in Gusseisenpfannen verwendet. Sie ist ein wenig rauer als die helle Emalie. Durch kontinuierlichen Gebrauch bildet sich durch das Einbraten von Ölen und Fetten eine Patina-Schutzschicht, die nicht mit Spülmittel und Co. entfernt werden sollte. Die Patina verbessert die Brat-Eigenschaften und sorgt für ein besseres Ablösen des Bratguts. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Uno Casa Tajine. Kreieren Sie mit dieser marokkanischen 4 Litern Tajine ein wahrhaft traditionelles marokkanisches Festmahl. Sie ist perfekt für marokkanische Gerichte, langsam gekochte Eintöpfe und Suppen, Aufläufe und gebratenes Fleisch sowie viele andere Tajine-Rezepte. Der Tajine-Topfboden besteht aus bester Emalie-Gusseisen-Qualität, um eine dauerhafte Nutzung und köstliche Mahlzeiten zu ermöglichen, die Speisen gleichmäßiger zuzubereiten und die Hitze länger zu halten. Die Öle, die sie verwenden, dringen auf natürliche Weise in die Poren ein und erzeugen eine glatte, natürliche, nicht haftende Oberfläche. Außerdem muss nicht gewürzt werden. Aufgrund des einzigartigen Designs speichert der kegelförmige rote Keramikdeckel die Feuchtigkeit, die beim Kochen zirkuliert, und bereichert das Essen mit kräftigen Aromen. Köstliche Mahlzeiten garantiert. Stellen Sie Ihr brutzeln des Essen einfach mit der Tajine vom Herd auf den Tisch. Sie hält die Wärme konstant, sodass das Essen nicht nur gleichmäßig kocht, sondern auch warm bleibt, bis es verzehrfertig ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Tajine-Test ist die Bikestar Tajine. Dank Steam-Seil'sche Funktion kondensiert der Dampf im Keramikdeckel und läuft wieder zum Gargut ab. Dieser Kreislauf bewirkt einen schonend gegarten Inhalt, sorgt für ein wahres Geschmackserlebnis, starke Aromen und Begeisterung bei Freunde und Familie. Kratzer in der Beschichtung, festklebendes Essen und der Frust beim Abwasch. Ab jetzt Vergangenheit. Die Antihaft-Patina ist ein natürlicher Schutzschild gegen Kratzer mit erstaunlich starken Antihaft-Eigenschaften für mehr Spaß beim Kochen. Sie entscheiden, egal ob auf dem Gasherd braten, dem Ceranfeld dünsten, auf der Induktionsplatte kochen oder doch lieber im Backofen schmoren. Die Tajine ist bei jeder Kochart und auf jedem Kochfeld zu Hause, somit ein Muss für jeden Haushalt. Kleine orangefarbene Raute Sie werden lieben, wie Bikestar Truhi-Technologie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Ihnen dadurch maximale Kontrolle beim scharfen Anbraten von Fleisch und Gemüse gibt, eine deutlich besser Aromaentfaltung zulässt und glückliche Gäste garantiert. Kleine orangefarbene Raute erobern Sie eine neue Welt. Kreieren Sie mit dieser Tajine ein wahrhaft traditionelles marokkanisches Festmahl, wie zum Beispiel eine leckere Gemüse-Tajine oder klassische Gerichte. Erleben Sie das Zusammenspiel von Steam Silche und Truhid für sagenhafte Speisen. Kochen wie niemals zuvor mit Bikestar Cast ein Tajine jetzt bestellen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Kleine orangefarbene Kaun. Bahnhofsteine